Die Schweiz haut dominant, wirklich dominant spielend die Italiener raus und eigentlich gibt es nur eine Frage, die sich da zu stellen ist. Warum bist du gay? Wer sagt, ich bin gay? Du bist gay. Ist auch immer wieder der Eintest sehr, sehr wichtig, denn statistisch sieht das gar nicht mal so katastrophal aus. XG-Wert bei der Schweiz 1,02, bei Italien 0,87, Ballbesitz bei der Schweiz 48%, 52% bei den Italienern, Torschüsse zu 10, also Schüsse insgesamt, 4 davon aufs Tor haben die Schweizer hinbekommen, 1 Schuss Italien und so weiter und so fort. Also statistisch sieht Italien gar nicht so scheiße aus, wie Italien eigentlich gespielt hat und wir kommen aber gleich mal zum Spielerischen, denn bevor ich auch darüber wahrscheinlich gleich mich ziemlich aufregen werde, wie wir gezockt haben, reden wir erstmal über die Schweizer, denn es ist immer so, wenn eine große Nation rausfliegt gegen eine vermeintlich kleine, dann redet man vor allen Dingen immer sehr, sehr viel darüber, wie schlecht doch die eigene Nation war und Italien war absolut scheiße. Darüber reden wir gleich nochmal, aber lasst uns erstmal die Schweizer loben, denn die Schweiz hat gestern alles richtig gemacht, also riesen Respekt an die Truppe von Murat Yakin und riesen Glückwunsch an alle Schweizer, absolut verdientes Weiterkommen, die Schweiz war taktisch gestern perfekt eingestellt, sowohl in den ersten 45 Minuten, wo sie selber viel Druck erzeugt haben, wo man wirklich sagen muss, sie haben Italien ja eigentlich überhaupt nicht ins Spiel kommen lassen, Fagioli hat ein bisschen versucht bei den Italien dagegen zu halten, hat ein bisschen das Spiel versucht an sich zu reißen, aber dagegen überhaupt nichts, weil auch gestern Varela sehr schwach war, aber insgesamt die Schweiz das überragend gemacht, sie haben Italien hinten wirklich in ihre eigene Hälfte gepresst, da ging gar nichts, in den richtigen Momenten haben die Schweizer sich zurückgezogen, eine schöne Mauer gebildet, weil sie auch gemerkt haben, ey, bei dem Tempo der Italiener, ja, also ganz ehrlich, da hättest du auch noch die Schweizer Nationalmannschaft von 2002 spielen lassen können, weil ungefähr in dem Tempo so alt wirkte die italienische Nationalmannschaft, da hättest du halt die Rentner hinstellen können, oder als wären sie Rentner, auch da haben sie eben perfekt taktisch agiert, sich mal zurückgezogen, als es nicht sein musste und richtig gefährlich, weswegen wahrscheinlich auch der XG-Wert halbwegs okay bei Italien ist, war es eigentlich nur beim Fast-Eigentor, wo der Ball gegen den Pfosten ging und noch der andere Pfostenschuss von Italien, das waren so die zwei einzig wirklich gefährlichen Aktionen, die Italiener sich erspielt haben, in Anführungsstrichen, beziehungsweise die überhaupt entstanden sind, ansonsten hat die Schweiz gestern defensivtechnisch alles perfekt gemacht, wirklich alles perfekt gemacht, sie haben gestern spielerisch komplett dominiert, wer mir extrem gefallen hat, war beispielsweise auch Ndeu auf der rechten Seite, der seine Rolle überragend, ja, interpretiert hat, auch hier, man merkt definitiv, was für eine kranke Saison Bologna hatte, weil die Spieler von Bologna auch wirklich sehr, sehr gut performen bei dieser, Erems, Chaka und Co waren natürlich auch alle genial, keine Frage, Mbolo bisschen, ja, unglücklich im Abschluss, sonst hätten sie auch schon viel, viel früher das 1-0 gemacht, kurz und knapp, die Schweiz hat in diesem Game nahezu alles richtig gemacht und man muss es auch ganz klar sagen, trifft die Schweiz jetzt zum Beispiel auf England im Viertelfinale, dann müssen sie keine Angst haben, sie müssen keine Angst haben, es wäre keine Überraschung, wenn sie so in die Partien gehen, dass sie auch weiterhin größere Nationen rauswerfen, denn die Schweiz mag zwar eine kleinere Nation sein und von den Namen nicht ganz so die Strahlkraft haben, wie beispielsweise Italien oder vor allen Dingen dann auch England, falls sie sich gegen die Slowakei durchsetzen, aber die Schweiz spielerisch richtig stark, taktisch richtig überragend gewesen, ey, an alle Schweizer hier, die hier auch zuschauen, habt keine Angst, eure Mannschaft kann sehr, sehr viel reißen und ganz ehrlich, wenn man jedes Spiel so agiert, du wirst nicht der Favorit sein gegen Teams wie England, Deutschland, Spanien und Co, aber du bist gegen kein Team chancenlos, wenn du so spielst wie gegen Italien, also fettes, fettes Lob auf allen Ebenen an die Schweizer. Und jetzt quatschen wir mal über die Italiener, oh yes, da freue ich mich natürlich als Italiener drauf, also jetzt mal ganz ehrlich, ich saß da gestern von Minute 1 an und dachte mir, Alter, ihr wollt mich doch verarschen, was macht ihr da für eine verdammte Scheiße, wollen ja nett bleiben, das war, das war gar nichts, das war gar nichts, also wir quatschen mal überhaupt über das ganze Turnier. Ich hab's ja schon mehrmals gesagt, Spalletti hätte man feuern müssen, hätte man sich nicht gegen Kroatien gerettet, denn die Gruppenphase war nicht so überragend, gegen Kroatien war okay, gegen Albanien war gut, gegen Spanien war Katastrophe, aber das war nichts, wirklich alles überzeugend. Zaccani rettet uns, dass wir überhaupt die Gruppenphase überstehen und das jetzt gegen die Schweiz war eine absolute Non-Performance, das war eine absolute No-Show, das war peinlich, das ist einer der schlechten, nein, 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 es ist der schlechteste Auftritt, den ich jemals von der italienischen Nationalmannschaft gesehen hab. Und ich sage nicht, dass es die schlechteste italienische Nationalmannschaft aller Zeiten ist, was den Kader angeht, weil das ist nicht der Fall, wir hatten vor ein paar Jahren mal einen schlechteren Kader, aber überleg mal, wie Conte seine Mannschaft eingestellt hat mit einer Mannschaft, die fünfmal schlechter war vom Spielermaterial als das jetzt, weil ich jetzt überall viel lese, so schlechte Spieler hatten wir noch nie, das ist Bullshit, das ist absoluter Bullshit, aber wir hatten noch nie eine Mannschaft, die so blutleer aufgetreten ist, das ist absolut korrekt, aber das Spielermaterial ist gar nicht so scheiße. Leider muss man aber ganz klar sagen, dass das ganze Turnier an, es nur zwei Spieler geschafft haben, ihre Leistung zu zeigen, einerseits Donnarumma, ohne den wir wahrscheinlich in diesem Turnier 17 Gegentore kassiert hätten und in der Gruppenphase nicht einen Punkt geholt hätten und auf der anderen Seite Calafiori, der nicht nur defensiv super wichtig war, das hat man nämlich gegen die Schweizer gesehen, ich hab in jedem Spiel gesagt, wenn Calafiori sich anbietet, bieten sich den Italienern Optionen dann auch um eine Offensive. Wer war heute nicht da? Beziehungsweise gestern natürlich nicht heute. Wer war gestern nicht da? Calafiori. Wie viele kreative Momente hat die Italien? Den hier, nämlich gar nichts, nichts, nada, nothing. Es war einfach peinlich, es war einfach peinlich. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich fange aber da an, wo der Kopf am meisten stinkt, nämlich beim Trainer. Der aber natürlich bleiben darf, weil in Italien sind wir halt komplette Vollidioten. Ich meine, hey, er hat ja vor einem Jahr mal eine Meisterschaft mit Napoli gewonnen. Deswegen lassen wir ihn einfach Nationaltrainer bleiben. Why auch nicht? Ja, Spalletti, Wort confirmt, er darf bis zum World Cup bleiben. Danke. Spalletti hat bisher in der Nationalmannschaft noch einen Scheiß gerissen. Wir sind fast ausgeschieden sogar bei der Quali damals. Ich meine, er hat auch von Mancini übernommen und überzeugt hat er nicht einen Moment. Nicht einen Moment. Gestern an der Seitenlinie steht er da und quatscht die ganze Zeit. Und ich denke mir, ja, okay, schön, dass du quatschst, aber dein Team ist gerade, was heißt gerade, ist von Minute 1, haben wir keinerlei Kontrolle. Und die ganze Zeit mit seinem Assistenten da am Reden und ich denke mir, super, geil. Statt da ganze Zeit sich zu bereden, mach doch mal Adjustments. Du bist doch der Trainer. Du musst doch hier mal Sachen hinkriegen. Aber hey, wir können ja gleich mal über die Entscheidung sprechen. Nummer 1, Christian T. Sorry, ich habe eine Abneigung gegen den, also nicht gegen ihn persönlich. Ich habe nichts gegen Christian T als Menschen. Aber wir haben Christian T dreimal schon gesehen in dieser EM, vor diesem Spiel. Jetzt darf er starten. Und ich frage mich, mit welcher Berechtigung? Mit welcher Berechtigung darf ein Christian T starten? Ich würde ja sogar diskutieren, was macht er in der Nationalmannschaft. Aber er ist auch noch Starter. Nennt mir eine gute Aktion von Christian T bei dieser EM. Ich warte. Okay, ich bin gleich tot. Ich warte immer noch. Auf jeden Fall, es war eine Katastrophe, dass der überhaupt spielt. Eine Komplettkatastrophe. Damiano auf die linke Seite zu stellen, darf man auch durchaus mal diskutieren. Warum nimmst du DiMarco raus? Und auch hier, klar, der hatte auch seine Schwächephasen und seine Fehler und Co. Aber DiMarco war immer ein sehr belebender Faktor. Trotz allem, ja, spielst du dann halt einfach mit Damian dort, wo ich mich wirklich frage, warum? Du hast einen DiMarco da sitzen, der wirklich gute Momente schon hatte bei dieser EM. Gute offensive Momente. Das, was uns gestern die ganze Zeit gefehlt hat. Der durfte nicht mehr eingesetzt werden. Damian hat nun mal seine Stärken auf rechts vor allen Dingen, nicht auf links. Dann haben wir noch viele andere Sachen. Aber gut, Spalletti gehört für mich einfach nicht mehr als Trainer der Nationalmannschaft. Aber er wurde schon confirmed bis zum Weltcup. Äh, bis zum, ja, bis zur Weltmeisterschaft. Reden wir aber mal über die gesamte Mannschaft. Wie gesagt, Colorführer und Donnarumma können wir ja komplett ausnehmen. Aber man muss das ganz gesagt haben, der Rest hat scheiße performt. Ich lese überall, oh, Chiesa hätte auf links spielen müssen. Halt's Maul. Sorry. Ihr merkt, ich rage ein bisschen, aber wenn ich so eine Scheiße die ganze Zeit habe, ja, auf links hätte Chiesa so viel mehr gemacht. Ey, ich bin Juve-Fan. Ich mag Chiesa. Chiesa ist ein geiler Spieler an sich. Aber Chiesa hat auch einen Scheiß geliefert. Der hat auch in vier Spielen einen Scheiß geliefert. Der hat ab und zu seine 1-gegen-1-Situation, hat vielleicht ein, zwei gute Abschlüsse beim Turnier gehabt. Aber es ist nicht so, dass Chiesa alles perfekt gemacht hat. Den springt auch in diesen vier Spielen so oft der Ball weg, wo ich mich frage, wo ist denn deine Technik, die du eigentlich haben solltest? Auch der war nicht technisch sauber. Auf gar keinen Fall. Ein Bastoni beispielsweise, da hinten hat scheiße viel Glück, dass seine Fehler nicht zu Gegentoren führen, weil der hat so viele technische Unsauberkeiten gehabt. Auch hier muss man wirklich die Spieler mal in die Pflicht nehmen. Was war das? Ich nehme beispielsweise gestern meinen Barella noch im Schutz gegen die Schweiz, weil ich immerhin sage, Barella hat das ganze Turnier sonst gut performt. Aber man muss auch mal die Spieler kritisieren. Wir haben zum Beispiel in Italien keinen einzigen guten Stürmer. Man muss allgemein sagen, wenn nicht Chiesa seine paar kleinen Momente hat oder zack, kann die seinen großen Moment in 98 Minuten, dann haben wir offensiv einfach nichts. Das Spielermaterial offensiv ist schwach. Schwach. Und ja, jetzt kann man sich ausreden suchen. Und nein, Tonali konnte nicht mitmachen. Gesperrt, keine Frage. Das wäre schon ein krankes Mittelfeld mit Tonali. Vielleicht war Jody, Barella und Co. Ja, aber der ist nicht dabei. Ist halt so. Scalvini auch nicht. Aber wir haben halt auch keinen Stürmer. Wir haben keinen Stürmer. Scamacca ist spielerisch gut und Retigui gibt Power, aber beide sind keine Top-Stürmer. Auf außen spielten wir gestern mit dem Al-Sharavi. Zaccani ist jetzt auch nicht der Top-Spieler schlechthin. Und du hast halt einen Chiesa, der mal bemüht ist, aber auch nicht alles klappt. Und jetzt darf man natürlich fragen, wieso, weshalb, warum. Ich denke, Torita brauchen wir nicht diskutieren. Mit Donnarumma, mit Di Gregorio, mit Vicario, die wir da haben, da haben wir über Jahre Ruhe. Verteidigung mit Scalvini und wie sie nicht alle heißen, mit Calafiore, Bastoni, Di Marco, auch ein Di Lorenzo, der sehr viel zu Recht auch kritisiert worden ist. Das sind alles Top-Verteidigte. Da brauchst du ja auch keine Sorgen machen. Und auch im Mittelfeld ist es gut. Und hier muss man sich aber dann nochmal fragen, bezüglich Spalletti, was hat er denn wirklich hinbekommen? Also die Offensive ist scheiße bei uns, auch vom Spielermaterial her, verglichen mit anderen großen Nationen. Aber wir haben ja auch spielerisch nichts hinbekommen, wirklich nichts. Und hier ist eben das Ding, wenn du spielerisch wenig hinbekommst, dann musst du eben laufen, kämpfen, beißen, in Zweikämpfe gehen und einfach, um es mal zu sagen, auch gerne dreckig agieren und einfach reinhalten und einfach sagen, weißt du was, im Stile von Antonio Contes, EM-Mannschaft 2016, wir haben limitierte Fähigkeiten, wir geben aber unser Herz rein. Und hier muss ich halt wieder ein bisschen Spalletti-Kritik geben. Wo war das? Wo war das? Wo war das? Ich habe es nicht gesehen. Ich habe es überhaupt nicht gesehen. Weder habe ich es gesehen, wo man 2-0 hinten lag, noch von Anfang an. Es war einfach schlecht. Es war wirklich einfach grausam. Für mich wäre die einzig richtige Lösung eigentlich Spalletti feuern, sage ich ganz ehrlich. Weil man wäre schon ausgeschieden gegen Kroatien ohne diesen wunderbaren Moment. Und ich sage es euch ganz ehrlich, an alle Italiener stellen wir uns schon mal darauf ein, dass wir vielleicht das dritte Mal hintereinander die WM verpassen. Was eigentlich unglaublich ist, denn auch hier wieder, weil viel auch die einzelnen Spieler zu Recht kritisiert werden wegen den Leistungen am Spielermaterial. Scheiße, jetzt kommt gleich das ZDF und sagt, das darf man so nicht mehr sagen. Was sage ich denn dann an den Spielern? Shut the fuck up, ey. Auf jeden Fall, an den Spielern liegt es nicht. Nicht, denn wir haben in der Offensive zwei echt krasse Defizite, aber an sich ist der Spielerpool echt gut, Leute. Vergleich das mal mit 2-16. 2-16 war eine Komplettkatastrophe. Das war die schlechteste Nationalmannschaft. Aber ein Trainer wie Conte hat halt gezeigt, was möglich ist. Naja, wir sind raus. Und auch hier, ich sage es immer wieder, es ist nicht, dass du ausscheidest gegen die Schweiz, es ist die Art und Weise, die einen als Fan einfach extrem enttäuscht. Naja, gucken wir mal, wer die EM gewinnt. Euer Veloche meldet sich fürs Erste ab. Sicherlich etwas emotionaler, etwas weniger strukturiert dieser Rückblick. Aber ich bin angepisst. Ich denke, das darf man als Fan auch sein. Naja, eure Meinung in die Kommentare. Ich melde mich ab und bye bye.